Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung des Films Radical, eine Klasse für sich, der am 21. März in die deutschen Kinos kommt. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist eine, ja, ich würde sagen, Ein-Mann-Klasse für sich, nämlich der Werner. Hallo Werner! Sehr gegrüßt! Werner, hattest du im Vorfeld schon mal von Radical was gehört? Nur oberflächlich. Ich habe gehört, dass der in der Sneak laufen könnte und weil mir der Titel nichts gesagt hat, dachte ich, okay, schlage ich mal kurz auf, was ist das für ein Film? Hab gelesen, worum es geht, wahre Geschichte, Schule, okay, klingt interessant. Ich hatte im Vorfeld schon auch ein paar Sachen gehört und zwar galt der Film als heißer Kandidat, um für Mexiko ins Rennen, um die besten Filme bei den Oscars zu gehen, also im fremdsprachigen Bereich. Wir wissen mittlerweile, das hat nicht geklappt, das hat nicht funktioniert, aber es war natürlich eine Neugier da und ich war dann sehr gespannt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte mir was ganz anderes unter dem Film vorgestellt, denn ich habe halt genug den Titel gehört, Radical, also Radikal, das klingt jetzt eher nicht so nach Drama, das klingt mehr ein bisschen nach Thriller, nach Action. Und dann aber noch dieser deutsche Zusatztitel, eine Klasse für sich und da kam mir natürlich sofort der Film mit Tom Hanks und Madonna in den Sinn des 90ern und dachte, okay, es ist vielleicht ein Sportfilm. Und dann dachte ich mir, hey, ich habe diese eine Szene gesehen, wo die Hauptfigur, gespielt von Eugenio Derbez, den habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, vor so einer Meute von Schülern sitzt. Und ich dachte mir, ah, okay, das ist so ein Film, wo ein Trainer irgendwie eine Mannschaft aufbaut und die feiern dann sportliche Erfolge, wir kennen diese Art von Geschichte. Jetzt ist es aber ja ganz anders und deswegen an dich die Bitte, lieber Werner, kannst du unserer Wertenhörerschaft mal kurz zusammenfassen, worum geht es in Radical, eine Klasse für sich? Ja, es geht um eine Schule, genauer gesagt um eine sechste Klasse aus einer Grundschule, die zu den schlechtesten im gesamten Lande gehört und die Schule hat einfach einen sehr schlechten Ruf. Und dann kommt da ein neuer Lehrer mit an Bord, der für, sagen wir mal, Furore sorgt und ja, ziemlich seltsame Methoden hat, um seinen Schülern etwas beizubringen. Aber das Ganze fruchtet dann mehr, mal weniger und nimmt dann allerdings auch eine ganz andere Richtung als ursprünglich geplant. Ja, vielen Dank. Es ist also kein, in Anführungszeichen, klassischer Sportfilm. Trotz alledem muss man sagen, dass die Handlung, auch wenn sie auf wahren Ereignissen oder einer wahren Geschichte basiert, ist schon, wenn man mal ehrlich ist, mal nach Zahlen. Ich habe irgendwo auch gelesen, Radical ist so ein bisschen die mexikanische Variante vom Club der Totendichter. Und ich muss sagen, da ist schon was Wahres dran. Ich meine, es ist wertfrei. Also es ist schon, wie ich finde, es erinnert schon stark daran. Findest du das auch? Extrem. Also das war auch mein erster Gedanke, als ich dann so mitten im Film durch war und mal kurz überlegt habe, okay, wo stehe ich jetzt gerade? Und irgendwie musste ich da natürlich sofort auch an den Film denken, wie du gesagt hast. Und als der Film zu Ende war, ist es oft so zu hören gewesen, dass die Leute den Film damit verglichen haben. Also da sind wir beiden nicht die einzigen. Jetzt ist es ja so, Club der Totendichter, auch den kann man natürlich als, ja, nach Schema F betiteln. Also das, was da erzählt wird. Und auch Radical kann, muss sich diesen Vorwurf gefallen lassen. Was aber beide Titel gemeinsam haben, ist ein unglaublich charismatischer Hauptdarsteller. In diesem Fall halt eben dieser Eugenio oder Eugenio Derbes, der halt diesen Lehrer, diesen Sergio spielt. Und ich kannte diesen Darsteller schon aus ein paar anderen Filmen. Zum Beispiel hat er in diesem Remake von Overboard mitgespielt. Aber mir war auch klar, der ist in Mexiko ein großer Star, aber in unserem Breitengrad ist der fast unbekannt. Aber als Sergio, meine Fresse, Wahnsinnsleistung, toll, toll, toll. Ich hätte ihm einfach wirklich weitere acht Stunden zugucken können. Wie war es bei dir? Ja, also er war definitiv das Highlight des Films und hat diese Art von diesem Lehrer, die ja recht ungewöhnlich ist, sehr gut rübergebracht. So auch ein Roman auf der menschlichen Ebene, sage ich mal, wo man eigentlich erst mal meinen könnte, was soll das, was ist das? Aber dann merkt man als Zuschauer, was dahinter steckt und das überträgt sich richtig gut. Also er ist ein sehr guter Charakter, muss man hier besonders sagen. Ich habe noch nicht sehr viel von ihm gesehen. Ich habe ihn mal in Geostorm gesehen, zufällig, wie ich im Nachhinein erfahren habe, weil der dort auch mitspielt. Aber abgesehen davon hatte ich bis jetzt noch keinen Bezug zu ihm und er hat mich instant beeindruckt. Was mich auch wirklich beeindruckt hat, ist, wie der Film seine Umgebung einfängt. Denn wir haben schon gesagt, der Film spielt in Mexiko. Und seien wir ehrlich, wir kennen diese Inszenierung des Landes Mexiko aus Breaking Bad oder aus Sicario. Will sagen, für die meisten, wie auch für mich, ist Mexiko Gelbfilter. Zuletzt zum Beispiel auch in Saw 10 gesehen. Radical verzichtet da drauf. Und ich muss ehrlicherweise sagen, zu meiner Schande, ich habe erst so nach zehn Minuten begriffen, wo das überhaupt spielt. Weil ich so darauf geeicht worden bin, diesen Gelbfilter in Mexiko gleichzusetzen, dass ich wirklich ein bisschen vom Film überrumpelt worden bin. Aber natürlich sieht Mexiko nicht so aus, wie wir es im Kino sehen, sondern halt eher wie ein Radical. Wie hat denn dir jetzt diese Art der Inszenierung gefallen? Also dieses eher naturalistische? Ja, mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und wie du gerade auch gesagt hast, ich war da auch ein bisschen so überrumpelt, weil das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Art, wie man es eben so darstellt. Und dementsprechend habe ich am Anfang vor allem auch ein bisschen gebraucht, um so reinzukommen, weil das nicht dieses typische Gefühl vermittelt, sondern eben eine eigene, etwas authentischere Art, kann man sagen, darstellt. Aber ich finde halt, diese Authentizität ist nicht nur optisch, sondern auch bei den Figuren. Wir lernen ja wirklich neben diesem Sergio, diesem Lehrer, auch nur andere Figuren kennen. Wir hatten zum Beispiel der Schulleiter, der nach ein paar Diskrepanzen zu Beginn ja durchaus mit Sergio gemeinsame Sachen macht. Und vor allem lernen wir die Schüler kennen. Und wir lernen dank der Schüler auch deren Lebensalter kennen, deren Lebensrealität. Und quasi nicht so wie im Flug der Toten Dichter, weil da ist es ja eine Elite-Universität oder eine Elite-Internat. Bei Radical ist es halt wirklich eine Grundschule, die, um es ganz böse auszudrücken, in den Slums ist. Das heißt, die Kinder, die sind umgeben von Kriminalität, von Eltern, die keine Zeit haben, weil sie arbeiten müssen, aber auch von Gewalt und Drogen. Und ich finde, dass der Film einen guten Weg zeigt, das uns nahe zu bringen, ohne aber zu radikal, da haben wir es wieder, zu Werke zu gehen. Das heißt, wir sehen Gewalt, wir sehen Armut, ja, wir sehen Not. Aber es wird nicht so marktschreierisch zur Schraube gestellt. Also ich hatte jederzeit das Gefühl, es ist kein, in Anführungszeichen, schöner Ort, aber das sind für diese Menschen, es ist ein Zuhause. Und die fühlen sich nicht da wohl, aber das ist halt einfach ihr Erlebenszentrum. Und ich fand das sehr schön, wie Christopher Zaller, der Regisseur, das inszeniert hat. Wie hat dir gefallen, wie Radical diese Art der, ich möchte mal ganz radikal, schon wieder radikal sagen, Armut inszeniert? Ja, du hast mir da sehr vieles schon vorweggenommen, was ich sagen wollte, weil das war nämlich so einer dieser ersten Punkte, wo ich gemerkt habe bei diesem Film, wie gut und teilweise auch wirklich großartig er gemacht ist, weil er gerade diese Seite, die du angesprochen hast, diese dunkle Seite des Landes darstellt, zeigt, es dir allerdings nicht ins Gesicht drückt. Man sieht ja einfach nur, wie die Leute dort durch die Straßen laufen, da steht die Polizei, da sind Leichen, da hörst du Schüsse und für die ist es halt eben Alltag, für die ist es normal. Und das wird dann allerdings nicht irgendwie thematisiert im Film im Sinne von, ah, schon wieder wird geschossen, ah, schon wieder liegt da eine Leiche. Nein, die Leute gehen ihren Alltag nach und wir als Zuschauer erleben das so nebenbei und das fand ich richtig gut gemacht, weil man es dem Zuschauer nicht einfach ins Gesicht drückt, sondern den Zuschauer selber erleben lässt, was die Kinder dort jeden Tag erleben. Und vor allem, er verzichtet auch auf eine zu sehr, ich nenne es mal Verzuckerung, also du hast halt wirklich Geschichten da am Wegesrand, die enden auch mal tragisch und nicht jeder dieser Schüler, das sei hier vielleicht verraten, nicht jeder dieser Schüler wird erfolgreich sein. Der Film endet schon auf einer sehr, sehr positive Note, eben auch, weil die wahre Geschichte besagt, dass es relativ gut geendet ist. Trotz allem ist es kein Film, der uns am Ende weismachen will, dass jetzt alles tippitoppi ist. Also ich finde, dass der Film auch da einen relativ guten Balanceakt schafft zwischen, ich komme mit einem guten Gefühl aus dem Kino, aber mir ist auch klar, es ist nicht wirklich gut alles, also da ist noch viel Arbeit vor und es ist immer noch ein, oder mehrere Probleme befinden sich da noch im Argen. Das fand ich auch eine sehr schöne Leistung des Films. Ja, also vor allem fand ich es schön, wie er, schön ist relativ, sage ich mal, aber was er gut gemacht hat, ist, dass er gezeigt hat, wie die Leute dort in ihrem System teilweise feststecken. Also selbst wenn die Kinder das größte Potenzial des Universums haben, haben sie nicht einmal die Chance teilweise, es zu zeigen oder zu nutzen, weil selbst mit geöffneten Türen gibt es dann immer noch das System, in dem sie leben, was verhindert, dass sie, ja, einen Fuß vor die Tür setzen können. Und das hat mich dann auch richtig, ja, beeindruckt und auch wirklich mitgerissen zu sehen, wie viele Kinder dort gar keinen Ausweg haben, obwohl man ihnen sogar die Tür öffnet. Und ja, das ist schon harte Kost teilweise, dieser Film. Ja, also mich hat es tatsächlich in den besten Momenten an die vierte Staffel meiner Lieblingsserie The Wire erinnert. Auch da wird das ja thematisiert, denn in Mexiko ist es ähnlich wie in den USA, dass halt eben so ein Test gemacht wird. Und je mehr Schüler den Test bestehen, desto mehr Geld bekommt die Schule. Dementsprechend will die Schule natürlich, dass der Test auch vor allem natürlich gut aufgenommen, also gut ausgewertet wird. Und dieser Sergio, dieser Lehrer, der möchte den Schülern ja nicht nur für den Test etwas beibringen, sondern, klassische Phrase, nicht für die Schule lernt man, sondern fürs Leben. Und das versucht er ihnen ja mitzugeben. Und er, ja, er rennt da oft gegen Wände und kämpft aber immer weiter. Und dieser Eugenio Derbis, und ich wiederhole mich, aber der spielt das so toll. Wirklich, also, ich vergleiche mich mit Robin Williams, der hat das anders gemacht, aber trotz allem so vom Sympathieträgertum her, muss ich sagen. So menschenhaft. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt in ungefähr elf Monaten auf das Film ja zurückblicke, dass ich mir denke, so, wer war der Sympathieträger des Jahres und da hätte dieser Sergio wirklich große Chancen, da ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Ja, also, ich werde ihn so schnell jetzt auch nicht mehr vergessen nach diesem Film. Nicht nur, weil der Film an sich gut ist, das haben wir ja schon angesprochen, sondern auch, weil seine Leistung wirklich überragend ist und er diesen Film einfach trägt auf seinen Schultern. Auch wenn wir eine große Klasse haben, wenn wir viele andere gute Charaktere noch im Film haben, also gerade der Schuldirektor zum Beispiel oder auch ein anderer Lehrer, da sind ein paar andere gute Leute mit dabei, aber trotzdem überstrahlt er einfach alle und auch die Art, wie er eben seinen Unterricht dann durchzieht, das war so seltsam, aber er hat es authentisch wirken lassen und das muss man auch erst mal schaffen, dass etwas, was man eigentlich nicht ernst nehmen kann, am Ende so eine Wirkung hat. Ja, also es ist ein, wie ich finde es, dramaturgisch sehr ausgereifter, wenn auch natürlich, ja, er findet das Rad nicht neu, das sollte ganz klar sein, also diese Art von Subgenre, nenne ich es mal, wird hier auch nicht neu erfunden, aber sie wird gut, gut, sehr gut sogar bedient und ich habe normalerweise nicht so viel übrig für diese Art von Filme, aber mag es am Setting liegen, das einfach für mich unverbraucht war oder mag es einfach auch an den Darstellern liegen, Radical eine Klasse für sich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die mir wirklich so gut gefällt. Ja, also ich hatte ja vorher, wie gesagt, auch keine Ahnung davon, ich habe mir auch keinen Trailer dann angeschaut, ich habe einfach nur mal kurz gelesen, was ist Sache, okay, würde ich anschauen und im Nachhinein wurde ich auch extremst positiv überrascht, weil auch wenn man offen in einen Film geht, wenn man optimistisch in einen Film geht, kann man ja immer noch groß überrascht werden und das ist hier wirklich der Fall gewesen, wobei ich allerdings auch anmerken muss, dass der Anfang von dem Film nicht so richtig klar gemacht hat, wo er wirklich hin wollte, denn der Film fängt eiskalt an, also so richtig dramatisch und dann kommt ein bisschen so diese strange Art raus, raus, das wird ein bisschen so seltsam, fast lustig, kann man sagen und ich wusste am Anfang nicht so richtig, okay, wo will dieser Film jetzt eigentlich genau hin, was will er mir erzählen, was will er mir zeigen und im Nachhinein ist mir dann halt aufgefallen, dass hier bei der Filmbeschreibung gar nichts in puncto Comedy steht, obwohl ich ja wirklich zugeben muss, dass der Film bei all dem Drama an vielen Stellen auch wirklich sehr lustig war. Ja, also ich würde ihn tatsächlich auch jetzt nicht im komödiantischen Bereich ansiedeln hauptsächlich, dafür ist er einfach zu dramatisch, aber er hat schon ein gewisses Amüsement, also wenn dieser Sergio natürlich gerade mit diesem Direktor so aneinander gerät und er hat ja sehr, ja, etwas diffuse Lehrmethoden, nenn ich's mal, die aber dann nach und nach erfolgreich haben, das ist alles schon ganz, ich würde nicht sagen, es ist nicht unbedingt komisch, aber es ist sympathisch, es ist, also ich hatte schon ein paar Mal schmunzeln müssen, trotz allem würde ich den Film, also für meinen Verständnis, tatsächlich auch nicht so ins Komödienfach stecken, vielleicht als Tragikomödie. Ja, Tragikomödie, das trifft es sehr, sehr gut. Weil am Ende gibt's halt schon ein paar Sachen, die passieren, die wirklich auch unangenehm sind. Und das sollte man auch vielleicht noch hier erwähnt werden. Ein paar Szenen sind wirklich fast wie ein Schlag in die Magengrube. Ja, und da muss man auch, also da muss man auch sagen, ich für meinen Geschmack hätte, ich mag es ja, wenn Film mich auch gerne mal ein bisschen fordert und mir auch mal, in Anführungszeichen, auch mal wehtut, gerade wenn's um Dramaturgie geht und wenn's um, ja, Schicksalsschläge geht. Das bietet Radical, aber er macht's halt eben, er haut nicht so richtig fies rein. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Macher schon wollten, dass alle Leute, die da reingehen, auch drinbleiben. Das kann ich auch nachvollziehen. Also für meinen Geschmack hätte er gerne, in Anführungszeichen, hier und da ein bisschen härter sein können. Ich finde aber das, was er macht, trotzdem ausreichend genug, dass man wirklich dann auch mit einem, wie ich schon sagte, du kommst mit einem guten Gefühl aus dem Kino, aber du hast trotzdem ganz klar, weißt du, es ist nicht gut. Also es ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt aus ist und jetzt ist alles eitel Sonnenschein. Ja, es ist lustig, dass du das sagst, Schmidt. Der Filmemacher wollte wohl nicht, dass die Leute aus dem Kinosaal gehen, denn dieser Film, der hat das Publikum bei uns wirklich gepackt. Sneak Preview ist ja so eine Sache, da gibt's immer in neun von zehn Fällen Leute, die den Saal verlassen, weil der Film einem nicht gefällt oder Horrorfilm oder was auch immer. Aber in diesem Film ist tatsächlich niemand aufgestanden und gegangen. Jeder ist sitzen geblieben, jeder wurde mitgerissen, jeder wollte wissen, wie der Film zu Ende ist. Und wie gesagt, bei einem Überraschungsfilm, das gelingt den allerwenigsten. Also das ist durchaus ein Qualitätssiegel für Radical, wo man sagen muss, Hut ab. Ich glaube auch, dass Radical das Zeug hätte zum Crowdpleaser, wie es so schon heißt. Also ich glaube schon, dass gerade wenn du den unvorbereitet guckst, weil du hast ja, sobald du den Titel hörst, sobald du weißt, worum es geht, hast du Erwartungen. Aber ich glaube, wenn du wirklich in der Sneak da reingehst und einigermaßen offen für neue Sachen bist, was heißt neu, er ist ja nicht neu, was er erzählt, aber ich glaube wirklich, der kann funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch in Deutschland eine Chance hätte, eine gewisse Zuschauerzahl zu erreichen, weil er ist kein großer Hollywood-Schinken, das sollte klar sein, aber vielleicht könnte es sehr ähnlich erfolgreich sein, wie ein, ich sag mal, ziemlich beste Freunde vor einigen Jahren, die er auch wirklich reingeschlagen hat wie eine Bombe. Und Radical war ja in Mexiko auch sehr erfolgreich. Wie gesagt, sie wollten ihn dann einreichen für die Oscars. Deswegen, ich wünsche diesem Film alles erdenklich Gute und hoffe wirklich, dass ihr da draußen den guckt, wenn er am 21. März startet, weil es ist ein toller Film. Wie gesagt, er macht nichts neu, aber er macht es richtig. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Das ist sogar so ein Film, wo ich sagen würde, jetzt, wo wir gerade eben drüber sprechen, fällt es mir ein, so ein Film, den könnte oder sollte man sich in der Schule angucken oder mit der Schule, Klasse und so etwas. Das wäre genau die Art Film, die man dafür braucht, in meinen Augen. Da lernst du ein bisschen was über Geschichte, Kultur, wirfst einen Blick über den Tellerwand, wie es woanders läuft. Also ja, dieser Film sollte definitiv sein Publikum bekommen und ich wünsche ihm auch ganz viel Erfolg, denn das wäre mehr als verdient. Und ja, eine Bereicherung auch für den Zuschauer, wenn er diesen Film sieht. Definitiv. Werner, ich glaube, wir könnten zum Schluss kommen, oder? Definitiv. Wir haben alles Positive gesagt und Negatives gibt es in dem Sinne eigentlich nichts, was man hier groß bemängeln muss. Ja, also ich fände mal mein Fazit. Negativ ist halt höchstens, das kann man ihm halt wirklich angreifen, dass er im Prinzip nichts Neues macht. Aber ich wiederhole mich, er macht nichts Neues, aber er macht es richtig. Genau. Und dementsprechend für mich eine ganz klare Empfehlung, Radical ab 21. März in den deutschen Kinos, da ist wirklich alles drin, tolles Drama. Er ist auch relativ kurzweilig, finde ich. Die Schauspieler sind toll, der Hauptdarsteller. Ich glaube, dass der wirklich die Chance hätte, auch außerhalb von Mexiko zu einem großen Star zu werden. Ich glaube, in den USA ist er das auch schon. Deswegen Radical, eine Klasse für sich, 1A. Ich war wirklich sehr angetan von dem Film. Werner, dein Fazit bitte. Das kann ich so 1 zu 1 wirklich nur unterschreiben. Der Film ist großartig, er ist fantastisch und sollte auf jeden Fall gesehen werden. Egal, ob man jetzt nur die Dramaseite betrachtet oder eben ein bisschen tiefer ins Detail geht. Er bietet sehr viel. Und ich fand ihn einfach großartig. Also unbedingt anschauen. Wenn er bei euch im Kino läuft, geht rein. Wenn er irgendwo gestreamt wird, schaut ihn an. Gebt dem Film eine Chance. Und ich kann garantieren, ihr werdet das nicht bereuen. Ja, was ihr auch nicht bereuen werdet, ist, wenn ihr uns ein Like da lasst. Wo? Überall da, wo es Likes gibt oder Podcasts. Weil genau da gibt es den Tele-Stammtisch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, tele-Stammtisch.de. Da findet ihr all unsere Podcasts und noch ein paar andere Sachen. Und könnt auch fleißig kommentieren. Da könnt ihr uns zum Beispiel sagen, wie ihr Radical findet. Wie gesagt, 21. März in den deutschen Kinos. Damit sind wir hier durch. Ich freue mich sehr über diesen schönen Film mit diesem sehr schönen Mann geredet zu haben, mich Werner. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und Werner, dir gebührt das letzte Wort. Auch ich sage vielen Dank an dich, dass wir das zusammen machen durften. Danke an die Filmemacher für diesen tollen Film. Danke an die Zuhörer fürs Einschalten. Und nun wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.